Hey und Freunde, es geht! Und da sind wir wieder. Heute mal mit dem lieben Bastian am Start. Basti rennt hier mit rum. Basti kann uns hören, aber Basti kann nicht wirklich sprechen. Er steht auch einfach nur da rum. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Wir nehmen ihn jetzt erstmal mit, so genau. Lass ihm einen Kaffee bestellen. Komm mit. Komm, wir bestellen ihm einen Kaffee. So, pass auf. Eigentlich haben wir was vor. Jetzt können wir erst mal nur Basti durch die Gegend schieben. Er lebt, er lebt. Er lebt wieder. Basti trinkt keinen Kaffee, okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt unsere Challenge, die wir heute vorhaben. Nämlich heute machen wir die Bürgermeisterwahl. Ja genau, ihr seht schon, wir sind schon sehr fein angezogen. Basti guckt von da hinten. Basti guckt. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir machen. Also lassen wir, der Bürgermeister von Bobbli sein. Ich will das aber auch sein. Ich will der Bürgermeister von meiner Stadt sein, natürlich. Genau. So, und jetzt haben wir uns überlegt. Basti guckt. Wie können wir das machen? Wir haben uns eine Challenge überlegt. Und wer am besten abschließt, der ist quasi nachher der offizielle Bürgermeister. Der kriegt dann den Bürgermeisterhut auf. Ja. Und darf der Bürgermeister von Bobbli sein. Von der Stadt, die wir besitzen. Genau. Und jetzt haben wir uns überlegt, die erste Challenge ist Taxifahren. Ja, aber ohne, dass das Taxi kaputt geht. Also ich würde sagen, wir machen beide jetzt den Taxijob. Ja. Und welches Auto danach am heilsten ist, der hat die erste Challenge geworden. Ja. Okay. Okay. Ja, ich nehme an. Ja, ich gehe zu meinen. Und nehme auch an. So. Los geht's. Jeder macht jetzt seinen Taxijob. Obwohl das Auto am wenigsten kaputt ist. Oh, wo sind denn meine Gäste hier? Okay, meine Gäste sind da hinten. Ah, meine sind da hinten. Okay. Also nicht wer es als erstes hat, sondern äh... Was machen wir eigentlich, wenn beide Autos komplett heil sind, dann gibt's... Oh nein, ich habe schon... Dann kriegen beide einen Punkt. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Ditscher. Ich noch nicht. Wie weit sind sie denn weg? Okay. Ich habe noch keinen Ditscher. Du hast doch keinen Ditscher. Nein. Alter, warum müssen wir denn hin? Oh, mit dem Müll kommt der noch. Oh Gott, ey. Okay, wer den Job verkackt, der hat sowieso keinen Punkt, ja? Oh mein Gott, ey, man muss hier durch die halbe Weltgeschichte fahren. Äh, ich irgendwie auch. Wo wollen sie denn hin, Alter? Das kann ich sagen. Und dann soll mein Auto heil bleiben, das geht gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Ich habe schon zwei Leute abgeliefert. Was hier? Okay, ich habe einen abgeliefert. Hä? So, Basti könnte so der Art Schiedsrichter sein, der hier, äh, guckt, dass hier alles mit rechtem Ding zugeht. Oh nein, 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 nein. Oh, ich schaffe das nicht mal mehr, glaube ich. Okay, Gottes Auto ist schon kaputt. Ja, Mann. Jetzt habe ich mich so bemüht hier. Das ist Auto heil bleibt, jetzt schaffe ich das nicht mal mehr, glaube ich. Du hast dich bemüht, Digga. Oh, ich glaube, meine Karre explizit gleich. Wo sind die denn? Da vorne. Okay, okay, okay. Ich habe das Gefühl, dass ich bin. Wo wollen die hin? Oh, genau in die andere Richtung wieder. Okay, meins ist noch ein bisschen kaputt. Und ich schaffe das, glaube ich. Ja, Mann, ich schaffe das. Muss noch ein Fahrgast abgefahren. Wieso dreht sich mein Auto einfach? Okay, ich habe... Okay, ich habe... Okay, ich... Ab zum nächsten. Ja, ich meine, ich bin raus. Und meins brennt schon. Okay, der Punkt geht an mich. Scheiße. Let's go! Let's go! Ah! Okay. Ja, Mann soll... Ich habe hier... Was? Ich musste auch meinen letzten Fahrgast abliefern. Und... Ich habe die Challenge! Die erste Challenge habe ich gewonnen! Okay, 1-0 für Lasse. So, jetzt haben wir die zweite Challenge. Da wollten wir nämlich gerne mit... Jetzt will Basti auch den Führerschein machen hier, oder? So, die zweite Challenge war... Wir treffen uns beim Eisladen. So! Ich bin schon drinnen. Ich will mir den Eis bestellen hier. Aber hör mal! Gib mir mal den Eis hier! Okay, Basti hält sich irgendwie aus der ganzen Sache einfach raus. Okay. Ja, den interessiert es nicht, was wir machen. So, dann machst du jetzt den Eisjob annehmen. Und los! Los geht's! Die Bürgermeisterwahl! Aha, cool! Aha, okay! Okay. Geschafft! Beim ersten Mal, okay. Oh, warte. Ich muss auch versuchen. Hier einfach... Er ist auch geschafft! Okay. Okay, jeder kriegt einen Punkt. 2-1. 2-1. So, erwischen. Da ist der Pizza-Drop! Da hat Lasse einen Punkt. Da haben wir beide einen Punkt. Okay. 2-1. Okay, das war doch gar nicht so schwer. Oh nein, jetzt habe ich die ganze Zeit diese Kecke auf dem Kopf. So, okay. Dann können wir hier abbrechen. Ja, okay. Ach so. Da ist Basti. Was ist hier die Pizza? Ich würde sagen, die nächste Challenge sagst du! Äh, die nächste Challenge soll sein. Basti muss natürlich alles aufpassen, dass er alles mit rechtem Ding zugeht. Äh... Trampolin-Parcours! Warte, warte mit dem Hubschrauber, der kann sich noch mitnehmen. Nein, da ist noch einer! Wozu? Basti nimmt dich mit! Basti nimmt mich mit! Basti, wir müssen zum... Der nimmt mich auch nicht mit! Warte, warte! Basti, wir müssen zum Trampolin-Parcours! Zum Trampolin-Parcours einmal, ey! Und wer zuerst den Trampolin-Parcours nach ganz oben schafft. Also wir beide starten zusammen, oder was? Und was ist, wenn ein Trampolin quer liegt? Dann haben wir Pech, ey! So! So, ich würde sagen... Zusammen oder jeder einzeln? Und wir haben wenigstens verkackt. Und wir haben wenigstens verkackt. Okay. Äh, also zusammen, oder was? Ne, dann machen wir einzeln. Ja, okay, ich mach zuerst. Dann fängst du an. So, dann gucken wir zur Lasse rüber. Ohne ohnmächtig zu werden. Ohne ohnmächtig zu werden. Okay. Ach, du meinst in einem durch, ja? Das schaffe ich sowieso nicht. Und... Okay. Okay, äh... Also... Dann würde ich sagen, äh... Wie weit man kommt. Du hast jetzt das dritte Trampolin und bist jetzt so durch, okay? Gar nicht schlecht. Basti guckt sich das alles aus der Luft an. Ja, man. So! Bist du nicht ohnmächtig gewesen? Ja. Das zählt noch, das zählt noch. Alter, hast du das jetzt schon geschafft, ne? Geschafft! First Call! Okay, da bin ich dran, da bin ich dran. Ich versuch das jetzt auch genauso toll hinzukriegen. Okay. Aber ich weiß jetzt schon, ich krieg das sowieso nicht hin. Ich hab das noch nie geschafft, glaube ich. Okay, okay. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Jetzt, jetzt, jetzt. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Haha. Und gleich den nächsten, komm. Und noch einen, gleich den nächsten. Alter, ich bin gar nicht, gar nicht schlecht heute. Mhm. Okay, dann kriegt auch wieder jeder einen Punkt, oder was? Zack, ich bin auch drauf. Ja, okay, jeder hat einen Punkt. Ja. Oh. Nein! Nein! Na, der letzte zählt auch nicht, oder? Doch! Der letzte zählt? Ja. Ja, okay, ja, okay, das war jetzt echt blöd. Drei ein! Dann kriegst du den Punkt. Drei ein! So, dann das nächste, der nächste, die nächste Challenge zwei haben wir noch im Petto. Äh, wir sind jetzt hier direkt in der Nähe. Basti hat alles beobachtet, jawoll. So, äh, äh, dann lass uns versuchen, äh... Autorenn! Autorenn oder Golfplatz? Autorenn! Okay, dann muss Basti hier oben bleiben. Ich hab eigentlich eh schon... Oder Basti hält sich fest. Nee, wenn ich jetzt beide gewinne und du nicht, dann ist unentschieden. Ja, dann müssen wir noch irgendwas anderes nennen. Dann lassen wir uns doch was einfallen. Ja, machen wir noch Autorennen. Autorennen, okay. Das hier vorne, oder was? Ich muss das noch gewinnen. Ich muss das hier... Ja, wenn Lasse das Autorennen jetzt gewinnt, dann kann ich ihn gar nicht mehr einnennen. Dann ist doch schon der Bürgermeister, ja. Ja, okay, warte. Dann müssen wir den Job annehmen. Ich komm nicht raus. So, du machst den Job annehmen? Digga, ich bin hinten! Ist ja egal. Okay, ich hab Konzentration, ja. Ihr wollt doch den besten Bürgermeister der Stadt haben. Ihr wollt doch nicht so einfach nur so ein 0815 Bürgermeister hier. Oh nein. Nein, 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 nein. Weiter, weiter, weiter. Ja? Basti, geh weg! Basti, der Reporter aus der Luft, der guckt sich das spannende Rennen zur Wahl des Bürgermeisters an. Oh, ja, ja. Ja, ich bleib zu doll gebremst hier. Komm, 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 komm. Wie viele Runden sind das? Zwei? Ja. Ich muss das so normal dranbleiben, dann habe ich es. Okay, okay, ich glaube, ich bin noch... Ah, guck mal, du hast das Ding verpasst. Zack. Okay, es wird noch mal spannend, es wird noch mal spannend. Hä? Digga, wie hast du das gemacht? Ja, du hast den Dings hier vergessen mitzunehmen. Digga, du hackst doch! Okay, erste Runde. Du bist doch so ein ekliger Hacker. Ja. Okay, ich bin gut dabei. So, nicht... Ja, das war so gut, ne? Nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Ja, hast gewonnen. Wieso schaffst du nicht mehr? Ja. Ich bin doll klingelt. Na, ich hier... Aber wenn ich jetzt einfach bremse, dann fährst du doll aber hier vorbei. Du musst einfach... Damn small. Ne, du hast doch eine Ding vergessen hier. Du hast den... Den Booster hast dich mitgenommen. Ja, scheiße. Aber gut, da ist ja noch alles drin. Es steht 3, 2. Wenn ich jetzt... Wenn ich durchkomme jetzt hier, wenn ich nicht noch Blödsinn mache, dann bin ich ja bekannt dafür, dass hier nochmal Blödsinn passiert. Aber nein, ich bin durch. Okay. Okay. So. 3 zu 2 in der Bürgermeisterwahl. So, Basti. Lernst du? Nimmst du uns mit? Wo bist du denn? Hehehe. Dann bist du einfach runtergesprochen. Ah ja, okay. So, Basti. Wir müssen zum Golfplatz. Letzte Challenge. Golfplatz. So, der neue Bürgermeister darf dann ein Jahr lang über die ganze Stadt bestimmen. So, da ist der Golfplatz. Da sind wir schon. So. Und dann machen wir eine neue Bürgermeisterwahl nach einem Jahr. Genau. Hehehe. 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 Ich schau den Ball. Hehehehe. Hehehehe. So, wir brauchen einmal Ball und Schläger. Und welche, welche, äh... Welche Bahnen wollen wir denn nehmen? Warte, ich trage den Ball erstmal. Nein, wo du denn... Warte. Au. Dann sind wir mit dem Schläger erschlagen. Welche Bahnen nehmen wir? Okay. Wer die wenigsten Schläge braucht. Dann würde ich sagen... Hehehehe. 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 Achso, nee, wir können ja... Nee, 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 wir muss ja immer einer warten. So. Ja, ich mach... Du fängst an. So. Eins. Hehehehe. 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 Zwei. Okay, gar nicht. Oh, nee, 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 nee. Man muss nicht unbedingt mit dem Schläger treffen, oder? Drei. 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 Ich hab' ich im Leben nicht, ey. Drei. Drei. Es ist nicht, pack den Ball rauf. Drei schlimm. Es ist schlimm. Eins. Nein, nein, das zählt nicht. Doch. Pack du mal den Ball rauf. Ja, warte. Warte, warte. Geht los, ja? Warte, ich muss da... Wo ist denn das da? Warte. Eins. Zwei. So, er ist der neue Bürgermeister. Ja, Mann. Hier, hier seht ihr mich nochmal. Bürgermeisterwahl ist erledigt. Wir fahren jetzt einmal zu Lasse hin. Der zieht sich jetzt als Bürgermeister an. Und dann feiern wir ihn als Bürgermeister. Okay, Basti schreibt Fußball. Aber komm. Weil Scotty nicht schlecht gespielt hat. Ist Scotty mein Vizebürgermeister? Ja, genau. Ich bin der Vizebürgermeister. Sowieso. Basti, was machst du? Hast du keinen Führerschein? Ach, doch nicht. Ich bin hier Bürgermeister Mission Impossible, Alter. Du bist Vizebürgermeister. Ach, nein. Aber ich bin auch vorm Tor, okay. So, jetzt lass uns den Bürgermeister gucken. Dann musst du dich zu diesem Zylinder aufsetzen als Bürgermeister. Macht mir die Tür auf. Ja, warte, wir müssen dem Bürgermeister die Tür aufmachen. Sehr vielen Dank. So, warte, jetzt müssen wir hier... Verbeut euch. Ja. Äh, der Bürgermeister. Ja. Ach, ja, ja, also. Wie macht er das? Er macht so... Ich kann's auch, du Eierkopf. Was hat's klauen? Fehl, der Bürgermeister! Ich will jetzt erstmal... Warte, mich! Ich will jetzt erstmal diesen Schokokopf hier loswerden. Wo kann ich mich denn bei dir hier umziehen? Warte, mich! Er will mich ertrinken! Aua! So, warte, warte! Er bringt mich um! So, okay. Ich hab die Bürgermeisterwahl dann leider verloren. Also lass halt jetzt ein Jahr die Macht über Wobbly City. Über Wobbly City! So, wie komm ich hier wieder raus aus dem Haus? So, komm jetzt raus! Ich muss da rein! Was hat Basti vor? Na, äh, lass mich fahren! Nee, Basti, muss ich chauffieren. Ja. Warte, ich will auch mal rein. Sotti, du hängst dich hin. Ach, ich kann mich gar nicht rein... Ah, es sind nur zwei Sitzer. Du hängst dich hin. So, wir spielen jetzt Fußball mit dem Harabe. Ich fahrt zu einer Telefonzelle. Oh, ich bin... Alter, habt ihr das gesehen? Ich bin... Ich bin da fast zweimal reingeschaut. Das war ja schon fast hier. Fast schon ein Trickshot, Alter. Fahrt zu einer Telefonzelle. Nein, nicht durchs Wasser! Zu einer Telefonzelle! So, ich bin auch mit da jetzt. Endlich geschafft hier. Nein! Scotty und... Basti und ich gegen Scotty. Dann war es zwei gegen eins oder was? Mann, Basti, hör auf! Scotty, geh auf deine Seite. Basti, bist du im Tor? Mach die... Letzte... Werd' ich los. Bestschlag, Alter. Los, nach vorne! Ich pass! Nein! Aber es ist so wackelig zu steuern. Jetzt aber, jetzt aber. Basti! Kann ich dich den Ball auch festhalten? Okay, 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 okay. Ich muss ihn abwehren. Okay, hab ich, hab ich, hab ich. Nein, hast du nicht. Oh, Basti, an was machst du? So, Leute, ich würde sagen, wir können jetzt hier mit Basti noch ein bisschen Fußball spielen. Und... Das Video und... Okay, Tor, so. Video ist vorbei für heute. Das war die erste offizielle Bürgermeisterwahl. Ja. Das ist der Bürgermeister. Da fährt er. Der beste Bürgermeister. Das schwebt. Und... Boom! Oh, nicht getroffen. So, dann würde ich sagen, Video für heute raus. Wir zocken noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao! Ja, ciao!